Ich hätte gerne eine Currywurst mit da haben, ein bisschen schärfer und das war's dann. Wollte ich noch dazu? Nein, geht so. Dann 1,20 Minuten. Mahlzeit! Ich bin's wieder, euer Curry Kalle. Ich lass mir ja immer was einfallen, um an Kohle ranzukommen. Manchmal erfolgreich, aber manchmal auch nicht wahr. Jedenfalls gebe ich nicht auf, bis ich ein paar Kröten zusammen hab, um mir dann mein Leibbeerisch zu kaufen. Eine ordentliche Currywurst. Und da kenn ich mal aus. Deswegen hab ich in Berlin mal 10 Boten für euch getestet. Heute? Curry und Chili finden sie mitten auf der Kreuzung einer Osloer Straße, Ecke Prinzenallee. Treffpunkt? Nicht nur für Curryfans, die es an flammenbemalten Tischen aus Tapco auch mal ein bisschen schärfer angehen lassen wollen, wa? Ha! Hast du erst mal den Pokal im Schafbett essen gewonnen? Musst du das auch ordentlich feiern? Kaltet Kindl. 1,30. Curry und Chili. Der Geheimtipp im Wedding. Setz ich bin Wilhelm drunter. 2,50. 1,34. 2,250. 1,2,250. 3,250. 1,250. 1,250. 2,500. Bis zum nächsten Mal.